Die Jahre des Friedens sind lange vorbei und die Finsternis ist über mein Königreich hereingebrochen. Sie brachte grausame Kriege mit sich. Der Thronfolger selbst hat sich gegen mich erhoben und mit seinen Armeen die königlichen Truppen zurückgedrängt. Durch einen hinterhältigen Akt des Verrates gerieten die Pläne unserer Verteidigungsanlagen in Feindeshand. Wenn wir nun geschlagen werden, wird es reich vollends im Chaos versinken. Nun liegt unser Schicksal in der Hand meines treuen Hauptmanns. Eine wahrhaft schwere Aufgabe liegt vor ihm. Vielleicht kann er das Blatt ja noch wenden und meinen missratenen Sohn in die Schranken weisen. Wenn nicht... ... ... Vielen Dank.